Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Flugplatz. Marci, erzähl uns doch mal, was hast du denn vor? Okay, also wir sind jetzt auf dem Weg nach Fairbeline. Fairbeline ist sich weit von Berlin entfernt, ungefähr so 70 Kilometer. Und ich habe heute einen Tandemsprung. Ich werde heute Fallschirmspringen. Richtig. Das ist die Aufwand! Dassel Sie die Gartigkeit, die sich am Ende von Berlin earthquaket und wir sind wieder auf. Wie Sie sehen? Und wie Sie sehen? Okay, wir sehen uns, wir sehen uns. Lass uns das abends, was Sie sehen! Wenn Sie die Gartigkeit nicht Planetarten -, dann noch mal, was Sie die Gartigkeit! Das ist ja so schön. Bis zum nächsten Mal. So, hallochen, willkommen heute hier, du bist der Marcel. Marcel, erzähl, was für die Klamotten, warum bist du so komisch bekleidet? Ja, ich zieh mich gerne mal komisch an. Nein, ich hab jetzt meinen Falschimsprung, krass. Und jetzt geht's gleich los. Okay, wie kommst du auf die Idee Falschimspringen? Das war schon immer ein Traum von mir und jetzt hat es mir einfach gepasst und deshalb machen wir das jetzt. Sehr schön, genau, das Wetter spielt heute mit, schon im blauen Himmel. Ja, stell dir vor, wir sind im Flugzeug, 4000 Meter, wie machen wir unseren Exit? Bei dem Exit? Ja, Hände an den Gurt hier oder an beide Gurte. Genau. Wir machen quasi eine Banane. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Wir sind in der Luft. Ich hoffe, dich als Hülter. Dann machen wir uns. Ja. Was machst du, wenn du die Kamera siehst? Dann überwink ich natürlich. Ich muss aber ein Leichhälen. Das ist der Plan, genau. Ja, sieht gut aus, ne? Also, wollen wir zum Flugzeug? Natürlich nicht, klappen gleich alles so, aber naja, das reicht schon. Okay, ein paar Minuten kommen wir ja noch, darum gehen wir zum Flugzeug. Jetzt schon. Danke. Bis dann. Mit der Rätselkuste. Ja, genau so. Okay, Marcel. Okay. Ja, genau so. Das ist ungefähr ein Polizist. Ganz schön und wie immer. Okay. Ja, genau so. Marcel, keine Nachricht. Carsen kann man es gehen, das ist gut. Cool. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin sicher. Das ist gut. Ihm sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Untertitelung. BR 2018 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 ein 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 Ich habe dich geklärt. Ich habe dich geklärt. Musik Geil! Ja, gut dabei! Dankeschön! Super! Okay, bleib sitzen! Erzähl dir was! Das ist ein Erlebnis überhaupt, das ist Wahnsinn! Das ist einfach, das muss man mal erlebt haben! Sehr schön! Freifahrer schon, am Schirm auch, in der Wolke gewesen, alles dabei! Kann man auch da machen? Ja, dann komm wieder! Danke an dich! Besten Dank für das mitnehmen! Viel Spaß, wir sehen uns! Ja, machen wir weiter! Ciao! Und? Erzähl! Ich muss mich erstmal sammeln, das ist so brutal, das ist so Wahnsinn! Da oben kriegst du ja nicht mehr Luft, weil es geht so schnell runter, bergab, wie du wieder atmen sollst! Du bist ja richtig aufgeregt! Ich bin total aufgeregt! Das war echt! Es war wirklich so ein krasses Erlebnis, bisher, weil ich mitgemacht habe! Ja, sehr schön! War wirklich cool! Ich bin total aufgeregt! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017